ARD Text im Auftrag des ZDF Okay Perl, wir bleiben mal hier eben und gucken. Wir laufen mit ein paar Wälder. Wo wollen wir nach vorne? Ein paar Wälder, da laufen wir nach vorne. Hast du ein Fernglas? Äh... Und wir können kochen, ich hab so viel Fleisch dabei. Alle, bin ich jetzt schon an dir vorbeigelaufen? Wenn du zu deiner Frage hast... Ja, ich hab ein kleines Wälder. Wiesst du was du gegen ihn war? Wenn du einmal lieber guckst? Check mal. Bewegende Zombies. Aber die Zombies müssen sich ja wegen uns bewegen. Weil da sind genau 400 Meter, das du siehst bei der Kö... Das weiß ich. Das waren immer 400 Meter, wenn man genau gekrosst so ist. Aber die Zombies bewegen sich auch gar nicht dahinten. Bei uns nur. Aber du bist schon vorgegangen. Okay. Ich laufe mal auch weiter an der Wand entlang. Dann nehme ich es jetzt von mir. Okay, hier links im Wald, komischerweise, waren immer mit SVD Leute. Also da waren die beste, quicktesten Leute, die du bisher irgendwo getroffen hast. Und immer hier links in diesem Wald. Ich weiß nicht, was an diesem Wald grenzt. Also nebenbei hier die Crash haben wir nicht gesehen, ne? Moin sind Schmieds und Königsbär auf jeden Tag. Muss ich auch hart denken oder? Der Defax fragt, ob der mitmachen darf. Muss Parry entscheiden. Ja, der Kingwall will auch mitspielen. Wieso der ist in der Lobby. Ja, dann lad mal Kingwall ein. Weil weißt du, der Kingwall, der war noch nie so frech zu mir. Der Defax, der war noch nie so frech. Sag mal was, Kingwall? Alex? Dachi, Mario. Ne, nicht Mario. Gettlacht, ja. Aber ich versuche uns höher zu kommen, aber sag die ganze Zeit voll. Ja, Dito. Danny, Danny DeVito. Ich hab eben so einfach mal so auf ein Ultimate Friendless durchgeguckt und hab auf einmal Dings gesehen. Vito Bumbito. Dass ich gemein und Freunde hatte einen. Und da war Vito Bumbito. Habst du, what the fuck? Ist das dein Ernst? Hab doch nur gefragt. Nein, Rayfax. Also ich hab nichts dagegen, dass du mitspielst, aber ich will nicht mit zu vielen Spielen, weißt du? Und ich hab eben den Kingwall als erstes gefragt. Ich kann jetzt schlecht dem Alex sagen, so, ja, wo ist heute, Digga? Das geht nicht so. Das wär... Das wär nicht sozial von mir. Das stimmt wohl. Aber sozial, Leute um 3 Uhr morgens anzuschreiben. Der würde dich schon im Bett liegen. Ja... Ja, ey. Seid du das normalen Schlafdhythmus. Ich hab schweilt. Schon vor Silvester hatte ich so einen kaputten Schlafdhythmus. Ich kann... Ey, ich geh zur Zeit um 8 Uhr morgens schlafen, ne? Davor liege ich halt so 4 Stunden. Ich geh 4 Uhr. 3 Uhr geh ich ins Bett. Und liege einfach so 4 oder 5 Stunden im Bett und schau mir irgendwelche Animes oder Serien an. Ich hab gestern wieder ein Anime komplett durchgeschaut, ne? Ich hab jetzt T-Boom oder so heiße. Kennst du den? Ne. Das war so ein Anime. Eigentlich ziemlich schnell gemacht. Hab ich jetzt auch so gut wie durchgeschaut. Ich hab mir nur ein, zwei Folgen. Guck grad Choppitz oder sowas. Sag mir nicht. Aber das ist halt... Ich weiß nicht. Ich könnt's jetzt halt echt nicht kennen. Das ist einfach... Gebrobt. Gebrobt. Hast du schon mal da Izzy gespielt? Ja klar. Siggi, oder? Siggi. Ich hab 2.000 Stunden in Anime 2. Die Mod war ja immer noch das Beste. Ja, Anime 2 war auch mega geil. Soll ich lauf mal so hier am Wald entlang, ja? Richtung Lager... äh, Richtung Felslager. Hm. Sobald ich dich wieder finde. Hallo. Ich bin ja nie vorbei geworden. Ja, links. Vorbei geworden. Oh, war einer links von dir? Nee. Ja, ja. Ich bin links von dir. Ja, nee. Ich dachte hier links ein Baum war einer von mir. Aber das war nur... Warte ich mich vergucken. Du guckst? Ich geh rein? Ja, ja. Mach mal so. Oh, ich werd beschossen. Ich werd beschossen. Ich werd beschossen. Ja. Mit Schalldämpfer. Könnte aussehen. Von äh... Zeltrichtung, Zeltrichtung. Ne, dann war der in einem der Bunker oder so. Aber der hat dich nicht gesehen. Der hat dich nicht gesehen. Soll ich gebaiten? Hast du denn mich nicht gesehen? Nee, nee. Der hat auf mich geballert. Sonst hätte er auf dich geballert. Aber wenn der dich gesehen hat, dann müsste... Der ballert immer noch. Hat einen Schalldämpfer. Einfaches mit Schallgedämpfen. Oh! Hat er dich? Nee, nee. Weißt du wo? Nee. In irgendeinem der Sandpunkte. Ja. Du bist noch drin in denen, ne? Ja, ja. Aber der hat auf dich geballert, jetzt als letztes. Ja. Soll ich ihn nochmal baten? Nein, 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 warte, 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 ich spreche auch nicht klar, um mir eine bessere Position zu verschaffen. Absolut, keine Ahnung, woher der hätte schießen können. Der kann mittig von der Richtung Zeltseite halt, also wo wir die Zeltseite halten. Pass auf, ich geh an der Wand entlang, mach langsam, ich geh an der Wand entlang und crosse komplett, dass ich von der anderen Seite komme. Ok. Ich kämp' dich in einem Saubbunker ein oder so. Die Einschläge waren hinter mir, aber die Schüsse kamen aus dem Zeltleiter. Aber ich weiß nicht, welche Waffe das sein könnte, AK? Weil der hat irgendwas Schnelles. Das ist ja eigentlich wie so ein SKS oder so. Könnte ein SKS gewesen sein mit Tridentfall. Du siehst, wann drin sich was bewegt, ne? Jein. Ist halt First Person, ne, wenn ich halt versuche reinzugucken in das Zeltlager, also mittig, steht halt die Gefahr, dass mich geschossen wird. Wo schaust du denn hin? Ja, ich, ich guck halt, äh, ich bin eher vielseitig gewandt hinter nem Zelt. Ok. Ich geh jetzt um zum Straßeneingang, da ist ja der Sanddunker, da wollte ich mal gucken, ob ich, von werseiten zum Einkriegen kann. Du kommst von, äh, aus östlicher Richtung, ne? Du kommst von, äh, aus östlicher Richtung, ne? Komm mit dem Hoppengel, hier, oben. Ja, ich bin so bewusst. Ok. Jetzt wird's aber böse. Ich geh hierhin. Ich tu von der anderen Seite baiten jetzt. Ist schon recht nah drin. Ich hoffe, der hat mich nicht gesehen. Brons, danke für den Host, Digga. Ich werd' beschossen, ich werd' beschossen. Perry, ähm, mitten auf dem Feld, mitten auf dem Feld ist einer. Jaja. Boah, ich komm hier nicht mehr weg. Er ist hier mitten auf dem Feld. Das müsste der sogar mit dem Schalldämpfer sein. Er hat gesehen, wie ich hochgeklettert bin. Ich kann, äh, ich weiß nicht, wenn ich gucke, dann sterb ich eventuell. Ich glaub nicht, dass er mitten auf dem Feld ist, ich glaub, der ist im Wald. Am Waldrand. Ich komm leider jetzt nicht mehr weg. Außer ich mach leite hinabstellen. Ich klett' mir drunter, klar. Von unten? Naja, ich glaub vor dem Ding, wo der drin ist. Dann lass' auch sehr viel train' laufen. Echt? Naja. Dann lauf' mal links an der Mauer entlang. Und links an der Mauer entlang. Ich will... Ja, ich hab' den so einzig... Das ist doch sehr wenig. Weil ich lauf' jetzt in den Wald ganz hinten. Ja, ich war zehn Meter hinter dir, wenn ich... Okay. Und ich geh' dann am Berghang entlang, ne? Geh' in den Gefängnis und dann geh' ich in den Wald. Das hat sich aber sehr, sehr... Jo, der ist bei mir, der ist bei mir, der ist bei mir, der ist bei mir. Sorry. Ich lauf' weg erstmal. Ich bin den voll reingelaufen. Der hat mich nicht getroffen. Hatte den? Hä? Eigentlich ja. Ja. Das ist ne VSS, Mucker. Ist ne VSS. Wo, wo, wo? Ist tot, ist tot, ist tot. Hast du ihm nochmal geschossen? Jetzt gerade nicht. Hi, hi, das bin ich, das bin ich. Das bin ich, das bin ich. War das der einzige? Weiß ich nicht. Ich guck mal. Ist auf jeden Fall ne VSS. Ja, wir sichern erstmal. Er hat's im Klima, wo ich gucke ne VSS, ne? Ich lauf' einmal durch die Gegend ein bisschen. Pass auf, ich loote die mal eben. Nicht, dass er sich auslockt, weil sonst ist das weg. Ne, ne. Pack die mal schnell vom Rücken oder so. Ich... Ich... Ne, den... Ich glaube, der war hier einfach so hingekommen. Vielleicht hatte Glücklich nur mit dich die Stellen gelaufen und wieder daneben geschossen. Vielleicht hab' ihn gekriegt. Ah, ich denke, hier ist auch sonst keiner mehr. Konntest du den looten? Äh, ich hab's nicht versucht. Okay, aber ich kann ihn nicht looten. Ich log' mal. Guck mal. Ich log' mal. Ich log' mal in. Ich log' mal in. Hinter... Ist er da bei dir? Loi. Ja. Ja. Als ob. Das ist bei mir ganz so anders. Ich log' mal in. Das ist bei mir wirklich nur 100 Meter entfernt. SKS hat keinen Schalldämpfer. Okay. Ah, jetzt auch nicht... Ja, jetzt kann ich mich connecten, Mann. Ich hasse das Spiel so sehr. Wieso gibt's diese Bugs? Du tötest Leute, kannst du nicht looten. Was soll denn das? Benni, sag nicht, du hast meinen Platz geklaut. Nein, ich bin immer noch nicht drin. Ja, das Spiel ist halt so broke. Ah, der war bei mir Parade. Der war richtig 100 Meter noch so. Oder 50 Meter gleich um Erfie. Von dir aus gesehen. Bis zum nächsten Mal.